gut 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 so also ja halt auch die fresse also die geschlossene beta haben wir gespielt ja jetzt ist die offene beta da was machen wir also jetzt geschlossene beta gespielt ist die offene beta da und wir gucken mal was das jetzt für mich heißt wie gesagt geschlossene beta gespielt offene beta ist da wollen wir doch mal schauen gewählt wird hier allerdings noch nicht viel babylon habe ich noch gar nicht gespielt das wird wieder wie war das ist doch scheiße leute macht doch mal was anders als dieselbe mit ist doch scheiße jedenfalls ja jedenfalls haben wir geschlossene beta ist gespielt stinkefuß oder hk 77 fand man der super namen stinkefuß mit scharfen ist kann er alter mann sein heutzutage wird alles mit doppeltes geschrieben ja wie gesagt spiel immer noch beschissen genauso beschissen wie vorher und ja wir gucken mal rein jetzt auch in die offene beta soll alles viel chaotischer sein als halt in der geschlossenen beta ich glaube nicht glaube nicht oh das ist hier hinten da sie ist auf einmal die 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 baule auf einmal sind die bombe auch 2d das war definitiv vorher nicht damit ich ziemlich sicher dass das noch viel klarer war das war definitiv so definitiv anders und ich weiß nicht ob da noch was untergedreht worden ist es wirkt für mich allerdings doch auch mit den 200 wirkt es mir definitiv so definitiv so ein wichs gesicht ja doch auch hier siehst du das hier siehst du hat geflockert hier hat man vorher nicht da ist definitiv noch mal was passiert ein bisschen ticken unter drin beziehungsweise mit anpassungen etc wahrscheinlich gehe ich mal von aus ich laber ich laber einfach zu viel so kann ich mich nicht konzentrieren aber letztendlich ja doch wirkt ein bisschen so als hätte sie sich vom gameplay noch mal ja doch hier dieses hier die die bäume die alle komplett schlafen da ist jetzt irgendwie die hälfte ein bisschen gehudelt also was willst aber das ist ein bisschen gehudelt hat vorher nicht so das weiß ich so viel detaillierter und da war das thema durch dann habe ich aber erst mal nicht gespielt und jetzt wo die offene b und jetzt wo die offener beta da ist musste ich noch mal ein 7 gigabyte patch schlagen da fick dich als maul ja finger vom abzug ja genau gab es jetzt auf einmal also bei mir das heute kann man es auf einmal ein patch von 6,2 6,3 6,1 auf jeden fall über 6 gewalt update auf jeden fall war dann update von über 6 gewalt auf einmal und du kannst sagen was du willst ist definitiv ein update von über 6 gewalt und das ist ja kein zufall macht er da also es gab die tiefen update und das sieht wie gesagt ich sagte er sieht ein bisschen krispiger aus und so weiter als vorher leute das ist jetzt ehrlich gesagt wenn ich mir das so ich sehe das im detail das sieht man im stream noch mal ein bisschen schlechter oder im video ein stream oder video ein bisschen schlechter aber es wirkt ein bisschen ich spiel mir auch wieder ein tag zusammen aber es wirkt ein bisschen ich weiß nicht also man kann nicht ganz sagen es wirkt so ein ticken weniger es ist so dieser hier die entfernung mit dem boden das wirkt jetzt komischerweise auf einmal es wirkt jetzt definitiv irgendwie so auch wenn so ganz kleine ticken ist ein bisschen schwacher ich spiel mir ein direkt zu so guten scheiße an ich treffe ja nix leute ehrlich ich kann es nicht genau sagen was wirkt irgendwie ein bisschen als hätte man noch so ganz klein drück ich drück ich drück noch mal also für mich wirkt es so als hätte man so einen ganz 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 kleinen ticken der grafik schrauben ja was macht ihr denn da für mich wiegt es so einen ganz kleinen ticken als hätte man an der grafik schraube so minimal gedreht das sind wir so minimal eine grafik schraube gedreht und ganz kleinen ticken da ist so aussohn vielleicht ist es aber auch nur eine ganz kleine kleidigkeit die ich wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmen plätze sondern so eine kleine kleid bin ich gar nicht wahrnehmen aber ja gut das lief man mir vorher auch vernünftig also das wird wahrscheinlich so diese so wahrscheinlich so gewisse kleinigkeiten betreffen die ich gerne noch nicht mal jemanden so wenn man jetzt spielt nicht mal direkt so komplett realisieren kann ja aber der hat doch dahin geschossen ich dachte dass ich dachte das wäre jetzt von uns hier läuft soll noch läuft soll ja läuft eigentlich gut na doch läuft gut also ich war sie nicht also das ist immer so eine sache du kannst ja nicht sagen weil die entwickler genau auch daran geschraubt haben in den wegen leidigkeit oder sonst was und katsch das war es mein handy das weiß man am ende des tages nie ich habe immer noch mal sehen geschehen entzündung ich quäle mich ehrlich gesagt auch ziemlich rum ein versuch trotzdem zu spielen weil sonst verpasse ich die offene beta und dann ist auch wieder der essig hier zum ende des tages auch gar scheiße also also aber ist auf diese kleinigkeit die man halt schlecht sieht ich bin auch ein schlechter spieler es läuft ja eigentlich ich bin auch ein luft meiner meinung und das ist mir gut der galat aber noch erwischt na ja es wird besser ich jetzt wieder raus das war's